Die Jahresendrallye ist offiziell abgesagt. Warum ich dieser Meinung bin, werde ich dir in diesem Video ausführlich begründen. Wir sprechen über die Intermarket-Analyse, wo Gold ja momentan deutlich unter Druck steht. Bitcoin, genau wie der S&P ein neues Allzeithoch gemacht hat, heute aber auch ein bisschen schwächelt. Wir sehen Renditen immer weiter ansteigen. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund, warum das Momentum nach oben auch abflauen wird. Und wir sehen natürlich viele wichtige Argumente, die auch im Markt jetzt schon bewertet wurden. Wir hatten die Berichtssaison komplett abgeschlossen. Erwartungen wurden zwar übertroffen, aber wir waren ein deutlich niedriges Niveau. Stichwort Earnings Revisions. Wir haben die FED gesehen mit dem Zinsschritt wie erwartet. Wir haben eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass die EZB mehrere Zinssenkungen noch macht. Und wir haben natürlich auch den neuen Präsidenten festgelegt, Donald Trump, der hier die Märkte munter durcheinander wirbelt. Aber jetzt, knapp eine Woche nach der Wahl, findet der Markt gerade seine Richtung, zumindest in Europa oder auch im DAX. Das zeige ich dir und ich zeige dir auch am Ende noch einen Trade, den ich live auch im Rahmen der Community gemacht habe, der mir sogar noch besser gefällt momentan als der DAX Short, der aber hier bei der 19.000er Marke auch schon sehr, sehr interessant aussieht. Du siehst den DAX hier mit dem deutlichen Abverkauf im August und dann eben nochmal dieser Counter Rally, die uns auf neue Allzeithöchststände gebracht hat. Und seit Donald Trump ist die Wohler im DAX deutlich hochgegangen, VDAX New deutlich stärker angestiegen. Und natürlich das Problem mit den Zöllen, das Problem mit den politischen Themen, das ist da, aber natürlich auch das Thema der Neuwahlen. Das Ausland lacht über uns. Ich schaue sehr viel Bloomberg TV. Und wenn man sich da die Kommentatoren anhört, dann merkt man, naja, das ist nicht wirklich viel Vertrauen. Und das sieht man auch bei den FDIs, also bei den Foreign Direct Investments in Deutschland. Die sind unterirdisch, übrigens auch nicht nur unter der Ampel, sondern auch schon davor. So, naja, jetzt haben wir auch ein technisches Setup, hier eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die wir im Markt sehen. Also wenn man das hier als Schulter-Kopf-Schulter-Formation deuten möchte, dann hätten wir eben hier die Neckline, kann man so zeichnen. Da wäre noch ein bisschen Platz, so bis 19.000 oder 18.950. Ich denke, die Marke geht die Woche auch noch und wir haben ja morgen die wichtigen Inflationszahlen. Ich denke, die werden auch über den Erwartungen sein und damit auch den US-Märkten erstmal das Momentum aus den Segeln nehmen. Und dann haben wir eben hier klassisch die erste Schulter, hier ist dann klassisch die zweite Schulter und oben ist dann eben unser Kopf. Und ja, das sieht eben rein von der technischen Situation auch nicht so gut aus. Also da muss man sagen, aus dem Intermarket-Bild gibt es schon echt das ein oder andere Problem. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein technisches Setup und ich werde ja auch gleich begründen, warum die Jahresend-Saisonalität, die ja eigentlich auch immer gerne genommen wird für die Jahresend-Rallye als Argument, dass sie nicht gilt, insbesondere auch wenn der Markt schon gut gelaufen ist. Und der DAX steht ja immer noch year-to-date mit 13, 14 Prozent im Plus. Dann kann man sagen, naja, war ja auch schon mal deutlich mehr. Trotzdem, wer im DAX investiert war, auf Jahressicht hat schon mal gewonnen. Allerdings auch dann erst, wenn er seine Gewinne mitgenommen hat. Und vor wenigen Wochen standen wir noch bei 17 Prozent im Plus. Wie schnell es runtergehen kann, das sehen wir hier in den letzten Tagen sehr deutlich. Und diese Richtung 19.000 und darunter, das ist ein hartes Signal für den Markt. Also da würde ich auf jeden Fall von der technischen Seite schon mal ein bisschen drauf gucken. Und du siehst eben hier auch mal die Range. Also das sind mal locker auch 600 Punkte, wenn man hier den Kopf nochmal anlegt. Und wenn du in der technischen Analyse dich ein bisschen auskennst, wie gesagt, ist jetzt auch nur ein Instrument, wo man nutzen kann. Was man nutzen kann, dann kann es eben relativ schnell nochmal 5 Prozent im DAX nach unten gehen. Also das sieht nicht besonders gut aus. Ein Markt, wo ich momentan sehr short bin, der mir nochmal für den Short besser gefällt. Das ist der französische Markt. Warum, werde ich dir ganz am Ende nochmal begründen. Hier siehst du eben den Kakarong, den repräsentativen Index für Frankreich. Frankreich hat ja verschiedene politische Probleme. Wir haben da eben die Neuwahlen gehabt. Wir haben auch eine politische Erosion gehabt, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren. Wir haben natürlich da ein Haushaltsdefizit, was nochmal krasser ist als in Deutschland. Man kann zwar viel über Deutschland und die Regierung meckern, aber Fakt ist, wir haben uns an die Haushaltsdisziplin gehalten. Wir haben die Neuverschuldung begrenzt, klar, wir haben Schattenhaushalte, wir werden das aufbrechen. Das ist ja auch das Ziel von Olaf Scholz mit den Neuwahlen dann im Februar. Jetzt möglichst viele Sondervermögen und möglichst die Schuldenbremse noch kippen, um eben nochmal gut dazustehen beim Wähler. Aber den Gefallen wird eben die FDP und die CDU und auch die AfD natürlich nicht tun. In Frankreich ist dieses Spiel momentan da. Die Neuverschuldung geht massiv nach oben, ähnlich wie in den USA. Und anders als bei den USA hat man eben hier nicht so viel politische Macht. Und da sieht man eben der Kakarong. Wenn du da seit Jahresstart investiert wärst, hättest du fast 5% verloren. Für mich auch ein sehr guter Short-Trade. Ist hier genau nochmal an der Year-to-Late-Linie ran. Hat einmal hier die 200-Tage-Linie getestet. Und ich glaube, der wird auch das Jahr nochmal deutlich tiefer stehen. Wird also hier das Momentum der letzten Tage wahrscheinlich nochmal auch ausbauen. Also in Kakarong kann man sich mal anschauen. Kann man im Future handeln oder auch zum Beispiel bei IG. IG, den Link findest du auch unten mit sehr günstigen Spreads. Im DAX bei 0,9 oder auch im Kakarong bei 2 Punkten. Wirklich absolut fair. Und zu den Handelszeiten sogar nochmal im Kakarong ein bisschen geringer. Frankreich 40 ist der Index, den du da bei IG dann als CFD findest. Hier schauen wir mal uns den S&P an. Der war ja an der wichtigen Marke dran von 6.000 Punkten. Hat natürlich auch eine unendlich gute Jahresrendite gehabt. Hier mit über 28%. Hat genau die 6.000er Marke rausgenommen. Baut eben gerade hier auch eine technische Umkehrformation auf. Haben natürlich auch noch das Wahlgap aus der Wahlnacht. Hier hatten wir so eine Art Island Reversal. Sehr untypisch. Das wird sehr wahrscheinlich geschlossen. Also hier Minimalziel im S&P ist bei 5.700. Mag der momentan wirklich den Investoren ein bisschen Sorgen macht, ist Gold. Gold hat ja lange eine wirklich tolle Performance auch aufgebaut. Aber man merkt auch gerade hier, wie schnell es nach unten gehen kann. Da müssen wir natürlich auch den richtigen Goldindex nehmen, weil bei 0 steht Gold noch nicht. So schnell fallen die Märkte nicht. Aber hier sehen wir eben auch die Bewegung, wie schnell es doch mal gehen kann. Gründe sicherlich einmal die Dollarstärke, natürlich die Renditen, die deutlich nach oben gehen. Aber ich glaube, es ist auch einfach Profit-Taking, weil man eben Angst hat, dass Donald Trump doch einige Risiken für den Markt auch bedeutet. Natürlich immer noch zwei Daumen nach oben. Wer da drin ist, momentan hat das ja nichts falsch gemacht von 34, 35%. Auf 25% sind aber auch 10% in kürzester Zeit weg. Und auch hier sind die Trends gebrochen. Es deutet sich auch eine Umkehrformation an. Und die Saisonalität ist zwar hier noch einigermaßen positiv zum Jahresende, aber Gold wäre aktuell kein Tritt, den ich aufmachen würde und den ich auch besonders mag. Einfach, weil Gold natürlich keine Zinsen zahlt. Und wir haben momentan einen sehr starken Shift. Das Geld, was eben bei Gold rausgeht. Das sehen wir auch bei den ETF-Flows, auch von Privaten. Das geht momentan in einen Markt rein, der auch seit Jahresstart schon drei Daumen nach oben hat. Wo gerade auch eine Strategie aus der Ausbildung Bitcoin Beauty ein schönes Long-Signal gemacht hat. Da sind wir hier, ich weiß gar nicht mal genau wo, aber irgendwie bei 62.000, glaube ich, rein. Ist ja auch über SMS-Signale da entsprechend verschickt worden. Und ja, der Bitcoin hat natürlich dieses Jahr mit 107% alle Lichter ausgeschossen. Neues Allzeithoch. Und hat natürlich hier das Hoch überwunden. Hat dann natürlich das ganze Jahr schon drei Daumen nach oben. Denn die Karte funktioniert einfach und hat hier eben sich einfach mal verdoppelt. Und natürlich Geld, was jetzt hier aus Bitcoin rausfließt, das geht in Gold rein. Und ein kleiner Insider-Tipp auch noch für dich. Wenn du dir so relative Shards anschaust, zum Beispiel mal hier Bitcoin gegen Gold. Kann man mit ganz vielen Märkten machen, auch mit Aktien sehr, sehr schön. Dann kann man eben hier auch sehr schön das Momentum traden. Also wenn man sich zwei Märkte gegeneinander anguckt, kann man eben sehr schön auch das Momentum traden. Dann sieht man eben auch, Bitcoin gegen Gold war das ganze Jahr schon positiv. Drei Daumen nach oben. Hat dann hier nochmal um die Year-to-Date-Linie gehandelt. Und mit dem Bruch der 200-Tage-Linie hat eben Bitcoin dann auch deutlich besser performt als Gold. Und das zeigt eben auch aktuell eher Bitcoin noch long als Gold. Und ein Chart, den ich extrem wichtig finde, der ja viel zu wenig gezeigt wird auch, finde ich, bei YouTube und Konsorten. Der Chart, wo quasi alles quasi sich dran bemisst. Das sind eben hier die zehnjährigen Renditen. Hier übrigens die grüne Linie ist die Zinssenkung der FED. Die FED senkt die Zinsen, gibt einen Zinspfad für 2% weiterfallende Zinsen in den nächsten anderthalb Jahren raus. Und was machen die zehnjährigen Renditen? Sie steigen von 3,6 auf 4,45, die 5%. Ich glaube, wir werden sie sehen. Andere Märkte wie zum Beispiel UK, was ja auch damals massiv Probleme hatte mit den Pensionsfonds, die sind noch mehr am Leiden. Oder Frankreich, der Credit Spread geht auch momentan wieder extrem nach oben. Also das, was die Rentenmärkte mir sagen, das bereitet mir gerade massive Bauschmerzen. Und da finde ich, da sind die Aktienmärkte noch nicht drauf vorbereitet. Und deswegen fällt für mich die Jahresendrallye aus. Natürlich, es kann anders kommen. Wie gesagt, ich bin momentan sehr short positioniert. Ich finde das Momentum nach der Wahl extrem wichtig und relevant. Bei den USA-Aktien wird es nicht so schnell anbringen. Aber Europa hat einfach zu viele hausgemachte Probleme. Ein paar werde ich dir gerade noch zeigen. Aber natürlich auch viele internationale Themen. Und Donald Trump ist vielleicht gut für die USA, aber nicht gut für deutsche Aktien. Deswegen sollte man hier sehr genau aufpassen. Und man sollte vor allem wahrnehmen, dass natürlich die USA sich unendlich weiter verschulden kann. Unendlich sicherlich nicht, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dass viele europäische Länder das nicht können. Und hier siehst du zum Beispiel auch mal die Renditen in Frankreich. Auch hier drei Daumen nach oben. Das sieht alles nicht gut aus. Die Spreads gehen auch deutlich nach oben. Also hier, das ist alles nicht unbedingt nachhaltig. Und das bringt mich auch dazu zu sagen, der französische Markt ist sogar noch mal ein bisschen stärker geeignet für diesen Short als der deutsche Markt. Wie gesagt, im deutschen Markt sind jetzt auch wichtige Marken gebrochen. In Frankreich im Kakarong. Drei Daumen nach unten. Und hier siehst du mal den Credit Spread. Also die Renditeaufschläge von Frankreich gegen Deutschland. Und da sehen wir, dass wir eben schon wieder bei 0,8 stehen. Da, wo wir übrigens auch bei dem Ausgang der Wahl standen. Also das ist hier schon wieder so ein erstes Signal, dass so ein bisschen was köchelt. Und wenn wir da Richtung 1% gehen, dann werden die Aktien sicher nicht steigen. Weil dann spielen die Credit Märkte mal Ausfallrisiken. Und das hat der Markt meiner Meinung nach auch viel zu wenig eingepreist. Mal was Positives. 50 neue Höchststände, 50 neue Allzeithochs haben wir gesehen im S&P 500. 23 waren es 0, 22, ganz am Jahresfang an was 1, 21, 70. Wenn man also schaut, ja, es kann lange Phasen geben, wo es immer wieder neue Höchststände gibt, wie von 2013 bis 20. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo eben lange keine neuen Höchststände erreicht werden. Teilweise eben 10, 11, 12 Jahre, mehrere Dekaden zum Beispiel nach dem Hochstand 59, Quatsch 29, wo es 45 Hochstände gab. Und dann der Markt quasi ja sehr, sehr lange gebraucht hat. Lass es 24 Jahre sein, um eben ein neues Allzeithoch im Jahre 1954 zu etablieren. Und natürlich gab es in dieser Zeit auch hohe Inflationen, die auch gegen den Investor gewirkt hat. Aber ja, wir hatten viele Höchststände und sie werden auch gemacht von wenigen Aktien. Wir hatten noch nie so eine starke Konzentration auf die 10 wertvollsten Unternehmen in den USA. Die 10 größten Aktien machen 37 Prozent von der Marktkapitalisierung aus. Beim letzten großen Crash im Jahre 2000 waren das hier Richtung 28 Prozent. Vor Lehman Brothers waren es irgendwie um die 24 Prozent. Bei 2020 vor Corona waren es auch schon mal so um die 30 Prozent. 2022, bevor es dann auch runterging, waren es irgendwie 33. Und jetzt sind wir eben, wie gesagt, hier bei 37 Prozent. Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Illalini, JP Morgan und Broadcom. Das sind die größten 10 Titel. Und eben nicht nur in den USA, sondern eben auch global. Denn wenn man sich mal anschaut, und das fand ich echt beeindruckend, der S&P 500 macht mittlerweile 51 Prozent der globalen Marktkapitalisierung in Aktien aus. Also die reine Marktkapitalisierung in Aktien ist 51 Prozent im S&P. Das ist massiv. Acht Prozent sind dann die restlichen Aktien in den USA. 30 Prozent sind Develop Markets, wie eben der DAX, der Kakarong, alles was im Stock 600 ist, der Nikkei und so weiter. 30 Prozent vom Kuchen. Acht Prozent sind nur die Emerging Markets. Ich denke, die werden auch aufschließend in den nächsten Jahren, gerade wenn der S&P fällt, glaube ich, dass man bei Emerging Markets besser aufgehoben ist. Und drei Prozent sind China, die natürlich auch massiv schon in den Markt interveniert haben, wo die Aktien aber auch nach Trump eher schwächeln. Und das eben auch so ein bisschen die Probleme zeigt. Auch im Handel miteinander ist es natürlich schwierig, wenn jetzt eben China besteuert und mit Tarifen belegt wird, von Europa besteuert und mit Tarifen von den USA belegt wird und mit Zöllen. Dann ist es auch im Handel untereinander zwischen China und den Europäern nicht besonders leicht, weil man dann ja auch wieder über Zölle und Tarife nachdenkt. Und das kann eben hier einen Teufelskreis ansetzen. Ein Teufelskreis, der ist schon im Gange, wenn man sich die US-Schulden anguckt. Das Interest Payment steuert hier auf 1.000 Milliarden jedes Jahr zu. Und das hat sich eben verdreifacht dieses Jahr. Hier siehst du also die Zinsbelastung des Budgets in den USA. Und da kann man eben nicht die Steuern unendlich senken. Man kann sich eben nicht auf Zölle verlassen zur Refinanzierung. Man kann eben nicht allen alles geben, denn am Ende muss die Rechnung gezahlt werden. Wurde seit Lehman Brothers relativ wenig gemacht. Erst haben es die Notenbanken gerichtet, dann die Staaten. Irgendwann ist halt Schluss und das sehen wir eben auch, wenn ich mir zum Beispiel die privaten Konsumenten anschaue. Jeder siebte US-Amerikaner ist momentan mit seinen Schulden in der Delinquency, also zu spät. Das heißt, jeder siebte Schuldner kann nicht zahlen. Hier das Niveau mal vor Corona. Also das ist schon eine ganze Menge. Und alles so über 20 ist auch ein Endgame für den Aktienmarkt. Weil natürlich brauchst du in deiner Kreditwirtschaft auch das verlässliche Vertrauen, dass eben Kredite wieder zurückgezahlt werden. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Das ist schwer und das ist auch ein Grund, warum Gold dieses Jahr so gestiegen ist oder Bitcoin. Und mal rein rational, ist es gesund, wenn Aktien und Risikoanlagen steigen und gleichzeitig aber auch Versicherungen wie Gold und das digitale Gold-Bitcoin so steigt? Nein, das ist einfach das Zeichen, dass Liquidität in den Markt reinfließt, dass Liquidität auch entsprechend Anlage sucht und dass Liquidität da ist. Aber es ist nicht nachhaltig. Also wenn du wirklich der Wirtschaft total überzeugt gegenüberstehst, dann wirst du nicht so massiv den Goldpreis nach oben drücken und den Bitcoin und die Aktien kaufen. Du wirst nur die Aktien kaufen. Und wir sehen ja auch zum Beispiel massive Zuflüsse in Geldmarktfonds. Wir sehen hier die massiven Zuflüsse in den BlackRock iShares Bitcoin Trust. Also auch Rekordinflüsse nach Trump natürlich. Und ja, das ist Geld, was dann den Aktienmärkten auch langfristig nicht zur Verfügung steht. Und das sind Versicherungen. Und es macht halt keinen Sinn, Aktien zu kaufen und gleichzeitig extrem Versicherungen. Der Markt kann das momentan, weil die Neuverschuldung so groß ist. Aber wenn eben die Liquidität etwas weniger wird und da haben wir eben ein wichtiges Signal heute mit den technischen Marken gesehen, wo alles ja auch mal runterging, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Und dann kann es eben ähnlich sein wie bei Lehman Brothers 2007 und 2008, wo der Markt auch sehr schnell gefallen ist. Nochmal kurz nach Deutschland. Deutschland-Investitionen in den Standort Deutschland, sie sinken. Hier siehst du die Zuflüsse an Direktinvestitionen und die nette Abflüsse in Milliarden Euro. Also es sind diese Foreign Direct Investments, die ich vorhin schon besprochen habe. Und du siehst eigentlich schon seit 2013 jedes Jahr fließen da 20 Milliarden oder mehr ab. Da gibt es die letzten drei Jahre 100 Milliarden, 125 Milliarden, 94 Milliarden. Das ist Geld, was der deutschen Wirtschaft fehlt. Das sind natürlich deutsche Unternehmen, die eher im Ausland investieren. Das sind ausländische Unternehmen, die weniger in Deutschland investieren. Und da kannst du noch so sehr Subventionen und Interventionen durch den Staat machen. Noch so sehr Versprechen des Bürokratieabbaus. Am Ende, die Marktwirtschaft entscheidet mit Zahlen, Daten, Fakten. Das Geld wird in anderen Ländern in der EU angelegt. Viel geht da nach Belgien, Niederlande, ein bisschen was geht in die Südländer rein. Aber vom Ausland wird eben Geld nicht mehr investiert und vom Inland eben genauso wenig. Das ist eine schreckliche Bilanz, die wir hier sehen. Und da kannst du natürlich auch deine Steuereinnahmen auf Dauer nicht so hoch halten, weil das sind alles Arbeitsplätze, die fehlen. Das sind alles Wertschöpfungen, die nicht stattfinden. Das sind Umsätze, die nicht gemacht werden. Wenn wir uns freuen, dass der DAX steigt mit seinen 82 Prozent im Umsatz im Ausland, kann man ja auch mal gucken, wo momentan eben die großen deutschen Firmen Fabriken bauen. Das ist in den USA, das ist in China. Das ist überall anders als in Europa, nur eben nicht am Standort Deutschland oder sehr wenig. Das ist eben auch so ein Armutszeugnis für die Politik. Und das wird sich natürlich auch gesellschaftlich auswirken. Also wir werden auch mehr Arbeitslose sehen. Und dementsprechend würde der Aktienmarkt auch irgendwann darauf reagieren. Und das Gleiche auch mit den frühen Indikatoren. Nicht nur die Vergangenheit betrachtet, auch die entsprechenden PMIs, also die Produzentenmanagerindizes, wo gefragt wird, naja, willst du eher mehr oder weniger investieren, Eurozone, Deutschland und Frankreich. Alles schaut dann nicht so gut aus. Und einen Chart wollte ich noch mitbringen. Die französischen Debt-to-GDP-Ratios in der Projektion und die deutschen. Deutschland ist eben gemessen an der Wirtschaftskraft noch relativ fair mit 62 Prozent verschuldet. Schattenhaushalte hin oder her. Auch das Problem mit dem Haushalt hin oder her. Deswegen sind unsere Refinanzierungskonditionen auch günstiger als die in Frankreich. Ich habe das gezeigt. Wir sind jetzt knapp 80 Basispunkte mehr. Und da ist eben doch die Staatsverschuldung fast doppelt so hoch. Tendenz deutlich steigend. Und so Projektionen sind meistens auch sehr, sehr positiv. Und dann nochmal ein Wort zur Jahresendrallye. Wie gesagt, aus meiner Sicht abgesagt. Hier siehst du mal den saisonalen Chart. Jahresendrallye so klassisch. 4. Oktober bis 7. Dezember. Oder lass es dann auch noch bis zum Jahresende sein mit der Weihnachtsmannrallye. Tolle Trefferquoten. 83 Prozent der Zeit geht es nach oben. Schaut wirklich immer gut aus. Im DAX und in anderen Märkten. Und da ist der November und Dezember auch wirklich sehr, sehr bullisch. Aber ich mag es auch immer mal die kürzeren Statistiken mir anzuschauen. Auf 10 Jahre sehe ich schon, naja, da ist hier die Jahresendrallye vielleicht bis zum 25. November. Okay, ist ja auch in zwei Wochen schon. Das Jahresende ist dann eher seitwärts. Wenn ich mir jetzt mal die letzten 5 Jahre anschaue, da muss man sagen, ist die Jahresendrallye eigentlich schon vorbei. Die haben wir auch ein Stück weit gesehen, wo der DAX über 19.000 gegangen ist. Aber hier ging es ja eigentlich nur bis zum 11. November nach oben. Und die Phase danach war eher dann eine Seitwärtsphase. Also die Phase, in der wir jetzt auch uns technisch bewegen. Und da muss man natürlich auch richtig zeichnen. Hier mit den Daten von Seasonax, was ich für statistische Analysen auch sehr mag. 23 war es natürlich positiv, aber 21 und 22 ging es da deutlich in der Phase runter. Und 21 war jetzt auch kein schlechtes Aktienmarkt. Ja, und 22 kam ja auch die Gegenbewegung dann. Aber vom 11. November bis zum, ja hier, was ist das, 22. Dezember sah es dann gar nicht so gut aus. Und das ist typisch auch für die Nachwahlzeit, dass die Märkte da nicht so optimal laufen. Also für mich die Jahresendrallye ist abgesagt. Die Saisonalität gerade der jüngeren Vergangenheit funktioniert nicht. Die US-Wahl ist durch. Das bringt vielleicht Momentum für die US-Aktien. Das bringt vielleicht Bitcoin nach oben. Aber ich sehe ja auch eben Liquidität, die aus den Märkten rausfließt. Gerade in Gold, wichtiges Signal. Der Dollar geht sehr fest und dreht den ich auch sehr mag. Und im Kakarong und im DAX, da würde ich eher auf fallende Kurse setzen. Solange wir eben hier im DAX kein neues All-Time-High machen, ist die Bewegung auch für mich bestätigt. Kursziel hatte ich im Video genannt und auch im Kakarong. Solange da drei Daumen nach unten sehen, sehe ich eben Potenzial, dass wir auch weiter nach unten gehen. Sag mir gerne, wie du aufgestellt bist, ob du an die Jahresendrallye glaubst. Gib mir den Daumen nach oben, teile das Video. Und dann freue ich mich auch bald, dich wieder hier auf meinem YouTube-Kanal mit hoffentlich für dich wertvollem Kontext begrüßen zu dürfen.